Na la zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Achievement, das wir einmal finden unter Haustierkampf und dann sammeln. Und hier haben wir den Erfolg Welpenbetreuung und dafür müssen wir folgendes machen. Versorgt fünf frisch geschlüpfte Welpen in der Krippe, kleine Schuppe. Und ja, wo sind wir? Wir befinden uns einmal in Waldracken und da sehen wir schon hier hinten auf den Koordinaten 13.7. Ein, ja, so ein kleines Stück, ich glaube das fliegt sogar. Und das schimpft sich Krippe, kleine Schuppe. Und dort müssen wir hin. Mit Patch 10.1.5 können wir dann jeden Tag ein paar Aktivitäten ausführen. Zum einen haben wir hier Daily Quests, die wir nach und nach freischalten. Aber wir haben auch jeden Tag ein paar Quests, die wir erledigen können. Die Anzahl der Quests variiert immer ein bisschen und die Questreihe geht quasi nach und nach weiter. Es ist so, dass ihr, ja, immer insgesamt vier Tage braucht, um einen von den Welpen freizuschalten. Am Anfang müsst ihr quasi so ein Eck ausbrei brüten und dann läuft es halt immer weiter, dass ihr ein bisschen mit dem Pet spielen müsst. Und am vierten Tag seid ihr mit dem ersten Pet quasi durch. Und am selben Tag startet ihr mit dem nächsten Heist. Im Zyklus ist es dann immer quasi drei Tage. Wenn ihr alle fünf haben wollt, beziehungsweise alle fünf Achievement-Punkte abgeschlossen haben wollt, braucht ihr insgesamt 16 Tage. Das müsst ihr nicht unbedingt am Stück machen, aber wenn ihr halt möglichst schnell fertig sein wollt, dauert das Ganze 16 Tage, wo ihr die Quests macht. Übrigens, kleine Info, am Ende, wenn ihr für den jeweiligen Tag nichts mehr an Quests erledigen könnt, dann sagt der Typ auch immer euch, wir sind heute für den Tag fertig. Manchmal sind es fünf, sechs, sieben Quests, manchmal sind es aber nur ein, zwei Quests. Das ist ganz unterschiedlich und ja, das sind eigentlich ganz witzige kleine Sachen. Während ihr diese Pets freischaltet, ist es so, dass ihr auch noch diese Dailies freischaltet. Die braucht ihr tatsächlich für noch ein paar andere Achievements, die es hier gibt. Da gibt es eins, wo ihr alle möglichen Dailies freischalten müsst. Das schauen wir uns dann aber noch extra an. Genau. Was gibt es für das Ganze? Naja, ihr kriegt diese fünf Pets zum einen, die können wir uns gleich mal anschauen. Und wenn ihr natürlich alle freigeschalten habt, dann gibt es auch noch einen Titel, der schimpft sich Welpenhüter. Die Pets sind übrigens keine Pet-Battle-Pets, sondern nur normale. Heißt, wir können mit denen nicht kämpfen. Und hier seht ihr das, wir haben einen Bronze-Drachen, dann einen vom blauen Drachenschwarm, dann haben wir einen vom schwarzen, vom grünen und wir müssten noch irgendwo einen vom roten Drachenschwarm haben. Hier seht ihr das. Und alle fünf Stück können quasi nicht kämpfen, aber wir können sie auspacken und ja, haben die als kleinen Companion mit dabei. Sehen ganz süß aus und ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement-Guide. Zu den anderen Achievements hier in der Krippe werde ich auch nochmal ein Video aufnehmen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.